Beginne bei deinem ersten Nagel, den du zuvor mit deiner Lieblingsfarbe versehen, angebuffert und vom Pfeilstaub befreit hast. Klebe als erstes einen Jolifin Laveni 3D-Sticker Nummer 75 mittig auf das hintere Nagelende. Auf die nächsten beiden Nägel trägst du den Shellac Superbond für Transfer-Nagelfolien in einer dünnen Schicht auf. Härte den Shellac für 30 Sekunden aus. Danach nimmst du etwas von der entstandenen Schwitzschicht mit einer Zellette ab. Nun drückst du nacheinander die perlmutschschimmernden Transfer-Nagelfolien in Purple, Raspberry und Blue auf. Der letzte Nagel erhält am hinteren Nagelrand wieder einen Herz-Sticker. Zum Schluss versiegelst du alle Nägel mit dem Brilliant Versiegelungsgel. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017